Tor oder kein Tor? Jetzt kommentieren! Ich bin Mülleimer, die keine Punkte holen. Naja, du bist immer Mülleimer. Was geht ab, Freunde? Meteor am Stern. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PMTV. Heute gibt es das nächste Kreisligaspiel von den Kickers aus dem Westerwald. Und wir reisen heute nach Windhagen. Von der Tabelle her wird jeder sagen, klare Rollenverteilung. Aber ich kann vorwegnehmen, die Jungs aus Windhagen wollten unbedingt heute die ersten Punkte holen. Und wir starten mit folgender Aufstellung rein. Ich beginne im Tor davor. Lars, Sido, Milan und der Yannick. Auf der Tim beginnen heute Tim und Sebo. Links der Jan, rechts der Phil. Auf der 10 Silas und vorne drin beginnt der Siggi. Auf der Bank haben wir auch den Tee, Mats, Merchan, Fabs und den Oskar. Dann mit dem Matsch als Trainer natürlich und Rico und Jason als Betreuer. Ja, einige haben auf Instagram, TikTok und auch in den Kommentaren nachgefragt, wie ich denn die Kamera positioniere. Ist an sich ganz einfach. Ich habe es mal reingeschnitten. Und zwar nehme ich es einfach so, dass es ganz, ganz weit ins Tor reingestellt wird, sodass es niemanden stört. Und ja, und viele haben gefragt, was ist denn dann für eine Kamera hier, die wir benutzen zum Aufnehmen. Das ist die VioCam 2. Und die Position ist natürlich sehr, sehr cool dabei. Habt ihr vielleicht auch in den letzten Videos von uns gemerkt. Und aktuell, das ist jetzt Werbung, gibt es die VioCam 50% günstiger. Das könnt ihr einfach mal über den Link in der Videobeschreibung abchecken, Freunde. Und wie gesagt, es ist ja schon teuer. Aber für einen Verein kann das sehr, sehr sinnvoll sein, weil man dadurch viele Sachen analysieren kann. Deswegen checkt's gerne mal ab. Jetzt kommt hier die erste Flanke von uns in den 16er reingesegelt. Windhagen kommt dazwischen, aber kann den Ball erst einmal noch nicht so richtig klären. Jetzt kommt erst der Innenverteidiger, der den Ball rausschlagen kann. Jan bekommt den Ball, aber dann wird der Ball endlich rausgeschlagen. Und der Stürmer, der vorne an der Mittellie lauert, bekommt den Ball, geht ins Laufduell rein. Es gibt einen kleinen Check hier. Ich weiß nicht, ob man es als foul pfeifen muss. Es wurde hier nicht gepfiffen. Und der Ball wird jetzt auf den Silas gespielt. Der wird gleich in die Mangel genommen, zu zweit. Und dann gibt's auch einen Freistoßpfiff. Ich weiß nicht, ob man vorher hätte da pfeifen können oder nicht. Falk bekommt jetzt den Ball und der Tim startet jetzt in die Tiefe. Super Ball reingespielt. Tim nimmt den Ball erst einmal an. In der Mitte steht der Phil bereit. Die Flanke kommt aber ein Ticken zu hoch. Unsere Vorgabe war ganz klar, wir wollten auf das erste frühe Tor spielen. Und wollten in Führung gehen. Dafür haben wir die nächste Ecke hier. Und da legt sich der Jan erstmal fast aufs Maul. Weil da, ja, der Kunstrad zu Ende war. Der Ball kommt auf den ersten Pfosten. Landet jetzt beim Silas. Der sucht den Abschluss mit seinem schwachen linken Fuß. Aber der Ball geht über die Querlatte. Vom Einwurf hier auf der rechten Seite können wir erst einmal nichts draus gewinnen. Der Ball kommt jetzt aber durch ein bisschen Missverständnis so kurz auf den Torwart. Der muss jetzt mit seinem schwachen linken Fuß den Ball erst einmal klären. Da kommt der Tim dazwischen und holt sich die Pille zurück. Der Ball kommt in die Mitte. Da ist der Silas zur Stelle. Er wird jetzt hier gefoult. Sucht den Abschluss und kommt zum Abschluss. Ich glaube, da hätte man nicht mal mehr unbedingt pfeifen müssen, weil der Vorteil ja gespielt wurde. Der Freistoß anschließend touchiert das Netz von der falschen Seite. Aber jetzt kommen wir hier zum Abstoß, den wir hier uns zurückholen in Form von Tim. Der gewinnt das Kopfballduell. Aber irgendwie ist das hier ein Kuddelmuddel, geht hin und her. Windhank bekommt jetzt den Ball. Wir versuchen da jetzt nochmal Druck zu machen. Da ist der Sebo, der den Ball weiter auf den Sigi spielt. Sigi steckt ihn durch und dann gibt er einen Abseitspfiff. Ich denke, das war eine richtig knappe Angelegenheit. Weiter geht es mit dem Silas hier in der Aktion. Nach dem Einwurf treibt er den Ball hier nach vorne und wird jetzt hier gefoult. Kommt aber jetzt wieder zum Abschluss. Der Ball geht wieder übers Tor und dann gab es für die Grätsche nachträglich noch die gelbe Karte. In der 17. Minute haben wir die erste Aktion von den Gastgebern. Dann ein langer Einwurf in den 16er rein. Kommt bis zur Grundlage der Ball in die Mitte. Und zack, so wie es sein muss. Ja, machst du vorne die Chancen nicht rein. Beziehungsweise wir hatten wirklich das Spiel in der Hand, muss man ganz klar sagen. Und dann kommt diese eine Chance, wo wir hinten gehörig am Schlafen sind. Und Windhagen nutzt die Chance, eben noch die Kamera positioniert. Jetzt haben wir die Perspektive hier. Und es steht 1 zu 0 für die Gastgeber aus Windhagen. Der nächste Ball hier wird vom Sebo abgefangen. Der versucht ihn nochmal scharf zu machen. Landet jetzt wieder außen beim Silas. Silas bringt die Flank rein. In der Mitte ist der Jan komplett blank, aber ein Ball ein bisschen zu hoch. Und der kriegt den Druck nicht dahinter. Das war wohl bis jetzt die beste Gelegenheit für uns hier im Spiel. Der nächste Ball auf den Jan. Jan steht vor dem Torwart, aber dieser kann mit dem Fußreflex parieren. Das war die erste hundertprozentige Gelegenheit. Wir kommen jetzt ein bisschen besser ins Spiel, aber ihr seht es. Windhagen kämpft. Windhagen ackert. Windhagen möchte alles hier geben, damit sie die ersten Punkte heute einfahren. Wir bleiben hier im Angriff drin. Der Tim versucht den Ball raus auf den Lars zu legen. Er ärgert sich da auch extrem, dass der Ball mit seinem schwachen Fuß nicht angekommen ist. Aber er setzt so nach, dass es einen Einwurf gibt, auf den wir jetzt schauen. Der wird die Linie lang geworfen. Wir können den Ball abfangen und dieser landet beim Sigi. Sigi kontrolliert den Ball, spielt ihn weiter auf dem Fill. Der rennt aufs Tor zu, entscheidet sich für den Heber, aber der Ball geht über die Kiste. 29 Spielminute, wieder ein Einwurf. Die Linie lang. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für den SV Windhagen. Und jetzt seid ihr gefragt, ist das hier ein Foul oder nicht? Ich finde, im Spiel habe ich gesagt, es ist kein Foul, aber im Nachhinein kann man es auf jeden Fall, denke ich, geben. Der Freistoß kommt in die Mitte. Irgendwie wird es da eng, aber der Milan kommt dazwischen und kann den Ball erst einmal aus dem 16er rausschlagen. Wir versuchen die Pille zurück zu erobern. Das gelingt jetzt auch. Der Sebo spielt den Ball auf den Tim. Zwar verditscht der Ball hier, aber wir setzen gezielt nach und holen uns den Ball hier zurück. Der Sigi spielt den Ball wunderbar in den Lauf von Fill. Fill rennt aufs Tor zu. Der Abwehrspieler ist neben ihm, aber der Torwart kann parieren. Der Nachschuss und der Ball geht an die Latte. Also wir hatten hier richtig gute Möglichkeiten, um das Spiel jetzt schon auszugleichen. Aber bis jetzt sollte uns das noch nicht gegönnt sein. Silas holt sich hier den Kopfball zurück. Super in den Lauf von Fill. Fill möchte den Ball mit links quer legen, aber da ist wieder der Fuß vom Keeper aus Windhagen zur Stelle. Und Windhagen macht das hier an sich gar nicht schlecht. Der Ball landet leider aber im Seiten aus. Wenig später Einwurf von der linken Seite. Lars auf Silas. Der Ball landet wieder beim Lars. Er spielt ihn weiter auf den Fill. Weiter gespitzelt auf Silas. Er sucht den Abschluss, aber da ist ein Windhagener Fuß dazwischen. Der Nachschuss von Sebo und da ist wieder ein Fuß dazwischen. Also richtig Powerplay von den Kickers hier in den roten Trikots. Der Ball wird auf die rechte Seite gespielt. Der Janik bekommt den Ball, aber der Ball ist knapp im Aus und da wird auf Einwurf entschieden. Ihr seht es, wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Milan treibt den Ball hier an. Versucht einen langen Ball nach vorne zu chippen. Kann erst einmal geklärt werden. Jan kontrolliert den Ball, aber nicht gut genug. Jetzt kommt der Sebo hier an den Ball. Der spielt den Ball zurück und das wird ein bisschen brenzliger. Der Stürmer läuft an. Ich kann den Ball aber hier abfangen und spiele ihn weiter auf den Milan. Wir bleiben in der Aktion bewusst drin, denn es sollte sich hier was entwickeln. Milan mit einem super Ball in die Tiefe auf den Sigi. Der Torwart kommt raus, kann den Ball parieren. Sigi versucht die Flanke reinzubringen und dann wird der Ball geklärt erst einmal. Aber wir setzen da super nach. Der Ball landet beim Jan. Der nimmt ihn an und schießt und der Torwart lenkt den Ball an den Pfosten. Also richtig gute Gelegenheiten für uns hier in der ersten Halbzeit, um zumindest mal den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Sigi spielt den Ball weiter auf den Silas. Silas sieht auf der rechten Seite den Jan. Jan zieht jetzt in die Mitte. Auf der linken Seite ist die Lücke für den Sigi. Sigi nimmt den Ball an, schiebt den Ball in die Ecke. Und das ist das 1 zu 1. Ich denke mehr als verdient. Wir haben da wirklich einige Chancen gehabt. Und das haben die Jungs wirklich gut zu Ende gespielt. Wir schauen da nochmal drauf. Nach dem Einwurf erobern wir den Ball zurück. Sigi super weitergeleitet auf den Silas. Auf der rechten Seite hat der Jan gut Platz gehabt. Zieht in die Mitte, spielt den Ball auf den Sigi. Sigi super angenommen, super Abschluss. Keine Chance für den Windhagener Schlussmann, der bis dahin alles parieren konnte. Der Halbzeitpfiff ertönt noch nicht. Wir bleiben nämlich in der nächsten Aktion drin. Lars holt sich den Ball wieder. Und Silas treibt den Ball an. Spielt ihn raus auf den Phil. Eigentlich schon vielleicht ein bisschen zu steil. Aber Phil kann den Ball im Spiel halten und holt ihn sich hier ran mit dem Sigi. Sigi schaut wen er in der Mitte anspielen kann. Da ist der Tim. Tim hat ein bisschen Platz. Er schaut, schießt und das Ding kommt aufs Tor und landet wieder am Aluminium. Das heißt wir treffen hier zum dritten Mal in der ersten Halbzeit Pfosten oder Latte. Der Ball wird hier wieder von Silas abgefangen. Kommt jetzt hier zum Jan. Der Jan versucht es und da ist wieder ein Fuß dazwischen. Wir haben jetzt versucht gezielt die Abschüsse zu suchen. Aber es sollte uns noch nicht gegönnt sein hier in Führung zu gehen. Der Lars erobert sich den Ball zurück. Noch mal ein Abschluss vom Silas. Wieder ein windtragender Fuß dazwischen. Ihr seht, die Statistik spricht ganz klar für uns. Wir haben 16 zu 1 Torschüsse. Es steht 1 zu 1. So kann Fußball manchmal sein. Ihr seht die Heatmap, die ist beinahe identisch. Also das ist schon richtig heftig. Es hat sich hauptsächlich alles in der Hälfte von Windtagen abgespielt. Die Jungs haben aber wirklich leidenschaftlich dagegen gehalten. Und haben alles dafür gegeben, um hier nicht in Rückstand zu geraten. Der Janik bringt den Ball jetzt von der rechten Seite rein. Der Jan verpasst diesen Ball aber und kommt nicht da ran. Aber wir setzen nach. Da ist der Sigi, der zieht mal ab. Und da ist wieder Aluminium im Weg. Und wir können hier es gar nicht fassen, wie viel Pech wir heute mit Latte und Thor auf Pfosten hatten. Und wir haben die nächste interessante Aktion, wo ihr auch in den Kommentaren gefragt seid. Der Ball kommt zum Phil. Er spitzelt ihn weiter. Und dann gibt es einen Pfiff. Wir waren schon alle beim Elfmeter. Und beide Akteure hatten Schmerzen. Und da wird erstmal nach den Leuten geschaut. Aber ihr seht es, der Ball wird schon in den Reihen von den Kickers durchgegangen. Und links seht ihr schon den Jan, der den Lars auf den Elfmeter einstimmt. Und dann gab es einen Schiedsrichterball im Strafraum. Also ihr könnt gerne mal kommentieren, ob das so regelkonform war. Also selbst wenn es ein Schiedsrichterball ist, glaube ich nicht, dass er so ausgeführt werden dürfte. Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben. Der Schiri meinte, da war ein Pressball. Aber es war, glaube ich, nicht so ein Pressball. Ich glaube, man hätte durchaus Elfmeter pfeifen können. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Wir haben gute Chancen, um hier in Führung zu gehen. Wir müssen hier auf keinen Fall nur mit einem Punkt rechnen. Und wir haben den Sigi, der sich jetzt hier den Ball super zurückholt und an zwei Gegenspielern vorbeigeht. Sigi treibt den Ball an und spielt jetzt einen Doppelpass mit dem Silas. Und dann kommt die Grätsche. Und es war jetzt keine böse Grätsche, dafür gab es einen Freistoß. Und wir schießen das Ding aufs Tor. Der Phil versucht es, aber der Ball geht neben die Kiste. Janik hier mit dem Einwurf jetzt auf den Silas. Und er spitzelt den Ball in die Mitte. Da ist der Phil. Der Ball wird irgendwie glücklich zum Sigi weitergeleitet. Der probiert den Abschluss, aber das ist kein Problem. Für den Windhang der Keeper, der heute wirklich gut aufgelegt war. Und in der nächsten Aktion ist er wieder zur Stelle. Kann diese Flanke von Tarek abwehren mit den Fäusten. Wir bleiben jedoch am Drücker. Versuchen den Ball zurückzuholen. Der Ball landet beim Tim. Der spielt ihn weiter. Jetzt gibt es einen Kuddelmuddel. Die Gegner schießen sich ein bisschen an. Die Jungs reklamieren zwar auf Hand. Aber ich bin ehrlich, ich glaube das war jetzt keine unnatürliche Handbewegung. Sodass man es hier ahnden müsste. Der Jan jetzt hier am Ball legt ihn zurück auf den Tim. Tim sieht den Jannik, der jetzt auch im 16er drin ist. Macht da einen kleinen Ausflug, kommt aber nicht an den Ball. Wir lassen aber nicht locker. Silas kommt an die Pille. Wieder ein Fuß dazwischen. Und Windhang versucht jetzt die Situation zu bereinigen. Der Ball wird aber scharf gemacht. Am zweiten Pfosten ist der Jan. Aber da fehlt ein halber Meter. Dann kann er diesen Ball kontrollieren und aufs Tor bringen. Janik treibt den Ball an. Sieht jetzt in die Tiefe. Da startet der Silas. Der Ball in die Mitte. Da ist der Phil und da ist das 2 zu 1. Ich denke diese Führung geht absolut in Ordnung. Haben wir hart für gearbeitet. Wir mussten geduldig sein. In der 72. Spielminute fällt dann der zweite Treffer für uns. Der Janik macht das super. Super Steckpass mit dem linken Fuß auf den Silas. In der Mitte ist der Phil. Und das ist die Führung für unsere Jungs in Rot. Und in der nächsten Aktion haben wir den Milan. Der hier super offensiv verteidigt. Also wirklich nach vorne geht und den Ball sich zurück holt. Spielt ihn auf den Sigi. Sigi in die Tiefe auf den Phil. Kein Abseits. Aber der Abwehrspieler kann entscheidend stören. Sodass es kein Problem ist für seinen Keeper den Ball aufzunehmen. In der nächsten Aktion holen wir uns den Ball hier nach einem Freistoß wieder. Silas leitet den Konter ein und treibt den Ball über die ganze Platzhälfte. bis tief in die Hälfte von Windhagen rein. Phil bekommt den Ball. Und was ist das für ein Abschluss? 3 zu 1. Und die Kickers machen hier quasi den Sack zu. Und es war ein Krampf. Das kann man sagen. Windhagen hat wirklich gemauert. Und ihr habt es gesehen. Nach dem 2 zu 1 haben die versucht jetzt hier in der Offensive was zu probieren. Es hat nicht geklappt. Silas hat den Braten gerochen. Leitet den Konter mustergültig ein. Und auf der rechten Seite fehlt dann der Verteidiger um den Philipp abzudecken. Er fackelt nicht lang rum und haut das Ding oben links rein. Keine Chance für den Torwart. Und es steht 3 zu 1 für unsere Kickers. Nächste Aktion. Jetzt haben wir Jannik. Ich bin gespannt was ihr jetzt dazu sagt. Jannik hat auch noch Bock. Zehn Minuten vor Schluss geht an allen Mann vorbei. Anka da Messi. Anka da Messi. Anka da Messi. Der Mann liegt und dann kommt der Jannik aber nicht zum Abschluss. Und dann wird der Jan angeschossen und es gibt Handspiel. Also ich hätte Jannik das Tor auf jeden Fall vom Herzen gegönnt. Jetzt haben wir einen Eckball der kurz ausgespielt wird. Der Ball wieder abgewehrt. Aber wir bleiben mal in der Aktion drin. Denn der Tarek spielt den Ball jetzt zurück auf den Jannik. In der Mitte ist ganz viel Platz. Der Sigi bekommt den Ball. Lässt ihn klatschen auf den Tim. Der weiter auf den Silas. Er sucht den Abschluss. Und der Torwart ist zur Stelle. Muss den danach zwar mit dem Fuß parieren. Ist aber auch in dieser Aktion zur Stelle gewesen. Jetzt gibt es einen Freistoß. Die Distanz sieht sehr groß aus Freunde. Ich muss ehrlich sein. Ich habe niemals damit gerechnet, dass die Nummer 8 hier direkt aufs Tor schießen wird. Und was wird das für ein Schuss. Und ihr seht schon wie ich da hoch gucke. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass mir das Ding nicht um die Ohren geflogen ist. Weil ich niemals damit gerechnet habe. Jetzt gibt es einen Konter. Silas treibt wieder den Ball an. Und auf der linken Seite läuft jetzt der Jan mit gar kein Abseits. Man sieht es ganz klar. 4 gegen 1. Und jetzt sind es vielleicht einfach zu viele Optionen. Der Ball quer kommt nicht an. Silas hält den Ball zwar noch drin. Geht am Gegenspieler vorbei. Und danach ist es aber ein Mann zu viel. Und wir können hier nicht das 4 zu 1 erzielen. Jetzt gibt es nochmal einen Freistoß in der Nachspielzeit für Windhagen. Der Ball segelt lang in den 16er rein. Kann erst einmal geklärt werden. Wird aber nochmal scharf gemacht in der Mitte. Kann der Falk nicht ganz klären. Und dann ist es die Chance für mich, mich nochmal auszuzeichnen. Weil man muss sagen, der einzige Ball, der aufs Tor gekommen ist, landete leider im Tor. Und die anderen gingen am Tor vorbei. Aber trotzdem war es ein richtig gutes Spiel von uns. Finde ich. Bis auf im letzten Drittel waren wir nicht zwingend genug. Aber ich lasse euch jetzt mit dem O-Ton alleine. Feiert ihr auch. Deswegen lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht zu abonnieren. Support ist kein Mord. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Es kann nicht sein, dass die Jungs sich auf dem Platz den Arsch aufreißen. In die Zweikämpfe schmeißen. Und wieder nach vorne spielen. Und so einen Kackball da vorne rein spielen. In so einen scheiß Konter laufen. Und die Jungs da hinten müssen sich wieder den Arsch aufreißen. Das geht nicht, Jungs. Das dürfen wir einfach nicht zulassen. Wir müssen nach vorne viel konsequenter spielen. Vor allen Dingen auch viel, viel einfacher. Und das ist einfach Sache, Jungs. Hier müssen wir uns einfach vorwerfen. Aber Schluss. Wieder drei Punkte geholt. Auf jeden Fall. 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 Auf jeden Fall.